Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser kleinen information und zwar geht es darum dass ja jetzt weniger videos kommen und zwar ab dem 31 vom 31 also nicht ab sondern vom 31 bis moment ungefähr 5 september also 31 august bis 5 september kommen keine videos da ich den pc komplett neu macht und ich die ganzen spiele schon mal runterladen und die videos die sicher ich jetzt habe ich ja durch jetzt auf meine backup festplatte und die werde ich dann wahrscheinlich abziehen und einen laptop anstecken aber youtube hat zurzeit auch extreme probleme irgendwie mit den upload ich weiß nicht wieso ist aber so und falls jemand fragt wieso ich mich so komisch anhöre es liegt daran dass wir es eine dass wir samstags 10 uhr irgendwas haben und ja früh ist natürlich nicht abend ja und da wollte ich euch nur bescheid sagen ihr werdet glaube ich jetzt im hintergrund durchlaufen lassen je nachdem immer behaupten wir sehen uns dann wann sehen wir uns wieder scheiße habe ich also vielleicht kommt schon am sechsten welche auf jeden fall würde ich sagen bis dahin haut rein ciao